Aber höchst amüsant ist wirklich, dass meine Schüler wirklich alle ihre Erlebnisse auf Facebook posten. Die vergessen halt, dass sie vorher unbedingt mit ihrem Lehrer befreundet sein wollten. Und dann macht man gerade Geschichte durch und liest von einem Schüler aus der vierten Reihe, Mirs Urfahrt, Napoleon ist eine langweilige Hure. Ich habe dann drunter gepostet, ja und am Donnerstag hast du eine Prüfung über die langweilige Hure. So viele Likes hatte ich noch nie.